Und dort haben wir nämlich kein Lead Bar gefunden Vielleicht weil es einfach nur zu blind war Keine Ahnung, ich weiss es nicht, ich weiss es absolut ist Und selbst wenn ich es wüsste, ich weiss es dennoch nicht So, dann fängt das wieder an, das Gehüpfe hier Und da ist die Sprung-Action wieder versagt Und ich bin schon wieder hier, oder was? Oh Gott Laufen wir einfach mal so runter Und es hat sogar geklappt, ist ja so cool Tja ja, dann müssen wir nochmal alles machen Das ist hier wirklich schon unfreundlich Muss schon wieder alles machen Das war nicht gut, nein, 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 nein Loading Da können wir ja einfach so runterziehen BING hier auf der stunden ist so der hoch dann tippen wir dorthin der und dann sollte es glaube ich so funktionieren und wir sind auch wieder die sagen muss dann wie sonst sonst dass man da nicht so hoch springen kann das wäre doch mal was wenn das einfach mal zum springen geeignet wäre doch leider nein 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 das wird uns ja nicht gegönnt so nach seiten wir hier mal springen und sind plötzlich gelandet sehr schön dann noch mal hier drauf und schritt zurück springen juhu geschafft so nachjustieren schritt nach hinten und springen das war knapp das war knapp so und hier sind wir wieder drüben hier sind wir wieder da obwohl gibt es da auf der anderen Seite was sieht nichts so danach aus so einmal schäfen denn das schäfen das Mist ist und ja schon wieder hat jemand schmieröl verschmiert schon wieder ach man das darf ja heiter werden dabei hat es so eine wunderschöne Statistik fahrrad so war noch schon angefangen schon wieder so versorgt speichern wir ab was gibt es hier tuch 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 gibt es hier irgendwas und sieht nichts so danach aus gibt es hier im Wasser was sieht auch nichts so danach aus oh da gibt's Koko Da wird's Krokodai Krokodai Komm her So Und wieder rein ins Kühle Und wieder raus Hier gibt's ja gar nichts Hier gibt's absolut nichts Gibt's hier was? Ne, geht nicht von deinem Haus Hier muss doch aber irgendwas sein Hm Da könnte es rüber Und dann könnte er da Hm Kann ich da irgendwie hin? Ne, sieht nichts so da noch aus Hm, 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 hm Das kann man von mir aus sehen Und nichts irgendwie Schade Kann ich mich da irgendwie so gut hängen? Ne Schade wirklich schade von dort aus da runter zu springen in einem großen Medi-Pack ne ich muss das glaube ich eins verwenden und dann könnte ich da drüber vielleicht springen aber ob ich es schaffe ist noch ein anderer Frage oh da ist Kukudai da ist Kukudai Kukudai Ja das mach ich wieder von hier hinten mal gucken ob es irgendwie erwischt wisch 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 so ein bisschen anlocken hier damit das auch kommt und dann daneben schielen ja daneben daneben zielen so er kommt kommt und die ich habe ganz viel kaputt so ein bisschen herkommen lassen und dann hoch und dann ist es hier und dann kann ich es anschießen und dann lebt es auch nicht mehr ich habe mein spielzeug kaputt gemacht was gibt es hier ja das ist doch schon was ein kleines medipack und munition was für munition magnum munition max magazin so gibt es hier unten irgendwie was und da oben da oben ist es bröckel ist ich kann es da hin tatsache spring rüber das klappt so nicht das klappt das klappt leider nicht versuchen wir es nochmal lara halt dich fest dann speichern wir mal ab um es einfach mal so auszutesten nein so klappt es schon mal nicht zucker dance zucker dance Auf dem Weg, das klappt ja eigentlich auch nicht so wirklich. Na, seht ihr? Das ist zu weit. Da komm ich so nicht hin. Lara, du sollst dich hochziehen. Nicht tauchen. Immer liebe Staaten. So, dann versuchen wir uns mal dran festzuhalten. Das klappt natürlich nicht. Warum auch? Das hätte ja irgendwie was werden können. Ja, und da mal wieder nicht gesprungen. Ich weiß nicht warum, aber manchmal springt sie einfach nicht so wirklich. So, und sprung und halt fest. Holy ma fast. Und dann, 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 dann. Das hängel, 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 hängel. War da wirklich nicht. Super. Hochziehen kann ich mich da bestimmt auch nicht. Oder? Nee. Dafür ist es zu kurz. Hm. Hm. Ja, irgendwie hochziehen oder so geht auch nicht, oder? Nee. Und, dann. Bis zum nächsten Mal ja. Bis zum nächsten Mal ja! 근데 dr K готов kaste lösen uns ja so keine Deutsche Kaffee других total detailingelt. N pretend. Vielen Dank.